natürlich stoppen hier bloß wird er hoch aber block war das den ganzen weg wieder gehen den ganzen nur wegen auf geht's wo bist du spielzeug aus testen guck mal funktioniert gut war dahinter ich habe ja gar nicht gehört hat er jetzt gar keinen sound schon wieder problem mit dem surround sound ich gehe mir die augen verlaufen sagt wir haben aus regel mein freund nicht auf den dann schaffe ich selber den anderen haben wir hier eigentlich schon mal geguckt ach ja stimmt das war das andere tor was das verschlossen war das ist auch hinüber das elementar kommst du mit ja den riesen machen wir nicht da sparen wir uns 20 sekunden noch au das war keiner aus dem her okay ich muss nicht mehr voll auf laden bogen das war knapp 700 schaden okay dann da da Dann da rüber. Hopp, hab ich schon gesagt. Naja, jetzt steigt die doch. Da auch. Dann wieder die Waffe. Verstürme mal durch jetzt hier. Nicht beeilen. Schauen wir mal, ob wir uns die gehenden Augen jetzt auch mal... Hier, das hier. Das habe ich vorher nicht gesehen. Oder zumindest gemeint, es nicht gesehen zu haben. Da oben schon. Hinten machen wir nämlich auch noch nicht. Okay. Dann. Oh, 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 oh. Ability. Ability. Nice. Äh... Achso, wir haben ja schon... Stimmt, ja. Wir können ja bloß zwei. Wir haben doch schon zwei Abilities. Obwohl wir die Eins nicht immer nutzen, ne? Jetzt bin ich auch ein bisschen dumm. Jetzt. Oh, 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 oh. Oder was drin? Ich glaube auch gerade was leuchten soll. Ne, das ist bloß wieder... Spalt in der Mauer. Das wird die Format. Ah, er kommt doch hier hoch. Oh, wenn hier was wäre, ne? Irgendwie ist das hier so einladend für das Gebäude, aber ich glaube... Achso, ne. Da kann man nicht mehr ein. Hat sich erledigt. Nein, 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 nein! Ah, Dummheit ist gefährlich. Da haben wir gerade unendlich Ausdauer. Wir sind nicht ultra schnell, aber unser Ausdauerbalken geht auch nicht wunderbar. Hm. Nehmen wir mit. Oh, nein, nein. Du bist. Du bist. Du bist. und runter aber dass wir uns nicht treffen oder dass wir hinterher kommen und dann ja stimmt wir brauchen keine ausdauer ist doch nicht nicht gerade doof war das schon immer so wir konnten doch nie unendlich lang laufen da schon ein Loch da lassen wir die fettys mal fettys sein wir schauen dass wir land gewinnen aber hier interessiert mich nicht da war schwarben sind wir bei dem hier weil auch die ganzen augen hier noch abstechen was ist das Spiel! Wieso funktioniert Heavy Attack nicht mehr? Die haben Waffen geändert, kann das sein? Heavy Attack funktioniert bei der nicht mehr. Schauen wir mal da runter. Ich überseh bestimmt eh wieder jede Menge. Geht's hier dann weiter? Wir müssten jetzt mit dem letzten Update Controller Unterstützung voll reingebracht haben. Ich habe mich jetzt noch nicht getraut das auszuprobieren. Hätte ich aber vielleicht machen sollen, weil ich sowieso Probleme am Anfang mit der Steuerung hatte. Mh. Egal. Ich Pfeile wechsel jetzt auch noch nicht. Ich hätte schon wieder alle Pfeile verschossen, wenn wir was. Jetzt müssen wir noch einen haben. Das tut ja erst nach einer Zeit die wir da equipen. Aua. Hallo. Caster. Ist hier oben noch was? Tatsache. Hier oben noch zwei Gegner. Cool. Ich schaue den Linken an und er passiert auf dem Rechten. Ist aber egal. Weil da... Rechte EZ hast du was. Egal. Ich guck mal erst. Mh. So. Er macht jetzt hier oben noch was, oder? Ist das bloß Füllung hier. Gut. Nein. Nicht schon wieder. glück gehabt eine güte ich und brücken ich glaube wir werden keine freunde hier wollen wir schon hier zwischendrinne genau ist schon immer so ein gehendes ich weg ich auch weg nein definitiv nicht raus das ist gar nicht erst doch ein bisschen weiter weg das riese wieder aber den ignorieren er hat so hoch jetzt haben wir keine feine schießt doch nicht nach unten wo schießt denn du hin das element aus so blöde ja jetzt trifft es mich noch kommen das augen gilt mich jetzt noch das macht jetzt das elementar zu fix bleibt einfach dahinten bleibt einfach hinten so das sieht mir ja noch etwas aus no ml steht noch im rot da wir haben nix mehr deswegen wir machen mal ein paar ein bisschen viel mittels krib gedrückt halten dürfen wir es nicht da kann man auch mal noch max piercing mit leuloi haben wir eh so viel Schauen wir noch einmal Doch mit dem Mausrad Ah ok und er hat es halt nicht gemacht Weil Oh 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 Das ist mal ein anderer Boss jetzt hier Das ist mal ein gescheiter Boss Boah Fuck Ich habe keine Heilung mehr ne Ist euch bewusst Silicon Visage Und das war's Ich wollte geradeaus weichen Wuii Äh ich glaube bei dem müssen wir irgendwie agiler sein Oh nein Wenn wir nur wieder die ganze Reise machen Wie sind wir denn von unten dort hingekommen? Wie war denn der andere Weg? Ist der dann kürzer? Jetzt rennt er nur noch langsam Irgendwas ist doch deutsch oder buggy Oh Gott wie soll man den besiegen den Boss Jedes mal ne Wie sollen wir diesen Boss schocken? Wie sollen wir diesen Boss schocken? Hm Wir sind auf jeden Fall mit der Waffe zu langsam Das Elementor ist fast ausschlaggebend für den Bosskampf Weil wir sind eigentlich nur mit Ausweichen und Weglaufen beschäftigt Damit könnten wir so ein bisschen die Pussy Taktik spielen Wir müssen mal gucken was wir vorher noch machen können Ring of Travel können wir auf jeden Fall ausmachen Nicht runterfallen hier Wir könnten ja vorher mal noch unser Mannequin setzen hier Humankulus Humun Humunculus Oder wie auch immer das Ding hier ist Oh manche Sachen müssen sich aber auch so scheiße aussprechen Äh Fuck Oh Die wurde die Welt nicht richtig zurückgesetzt Da galt noch als Tod Da von dort Aber egal wir können ja Wir haben auch nicht ganz vergessen Was dann geht Wir machen erstmal die Gegnerblatt hier Und dann setzen wir das Ding immer hier hin Dann können wir sofort wieder reinlaufen in den Boss Irgendwann schafft man dann schon Hup Und Goodbye So Wie war das mit F ne Area unstable Immer noch oder? Unstable Da geht's Da geht's Okay Dann schauen wir mal Evolved Steff 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 Wir haben doch irgendeinen Military Shield haben gekriegt Genau Vielleicht können wir Oh Ach man ich wollte da nicht ganz rausgehen Vielleicht können wir das Equip Primary Offhand Und Schauen wir mal eine One handed Sharp one handed Long sword Morningstar Two handed plant Two handed Two handed Das wird da unser Redican saber Den müssten wir aber Einmal auf Leveln oder? Das Ding ist ja im K1 Das bringt ja gar nichts Mk2 Das ist auch two handed One handed Die machen alle keinen schaden hier Scheisse Plunt One handed Und zwei Passive Pastillians Ach Equip Primary Main Hand Hä? Primary Offhand Hatten wir doch das Schild Military Shield Equip Primary Offhand Jetzt hat er es Okay Weapon Damage As Flux Was ist das? Guilty Giant Was wurde das? Ring of Giant Du 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 Ich weiß ihn nicht Ob das was bringt, wenn wir den einfrieren cost of dashes das ist ganz geil die k bringt bei dem ich glaube ich nichts mehr das ist schon genug die case da steht minus 20 plus ist so klein auf points bürger speed ist das kürzchen können wir uns ja noch irgendwas in christian plant armoring der mit stand bei shop repens in christian dann bei shop repens plant weapons das ist das und schaut Okay, 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 oh, ich helfe nicht, oh, Entschuldigung, wir sind zwar nicht ganz voll. Das bringt nix, ich seh nix, hallo, Wechselwaffe. Lol, das bringt nix mehr was, der haut da durch, oh, ich hab das Schild ausgerüstet, naja, der haut da durch. Ich hab heute Schaden, ansonsten nehmen wir noch ne andere Ability, ja, okay, okay. Ah, okay, 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 okay. Au. Oh fuck, okay, also blocken. bringt bei dem irgendwie okay das ist mal ein starker und da ist halt wirklich sehr immun gegen zauber schaden okay das element bringt nichts character abilities perks haben wir auch noch ein wir wollten eigentlich was wollten wir als erstes hier genau das wollten wir machen vindicator illusionist combo ist natürlich auch geil dula sexily successfully block blocking an attack triggers assured one second for next attack and that window executes at 100 more speed Frost Heat Debuffs provides you with Path of Healing, each Dick, Decay and Silence Debuffs last twice as long. Das könnten wir halt auch mal ausprobieren. Das wäre mal Ring of Evasion was, ne? Gucken wir mal kurz. Dashes, genau. Das wir den rausnehmen und dieses Frost Heat, nee. Frost Status. Das wir den vielleicht einfrieren. Das er langsamer ist. Weil da ist mir nicht schnell seine Attacken. Neue Rüstung haben wir ja mehr oder weniger nicht bekommen, ne? Jetzt sind wir nicht voll voll. Wir hammeren nicht unsere volle Rüstung an. Unsere ganz starke. Warum hatten wir die nicht mehr angezogen? Wir haben ja erst den Dill Defender. Genau. Gut, gut. Ability. Ah, was könnte man noch nehmen? Ja. 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 ja! Ja. 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 die stelle mit der menschen genepaft den kreis der mensch bei 0,2 prozent mehr der match für jede prozent heilung ich verliert verloren habe das ist auch nicht schlecht noch mal schauen wir mal schaden kassieren aber wir können empirismus wir bekommen im unterstand und stelle war anders okay die text be the movement speed or also increase based on the thing house up to maximum 20 prozent im jungs das bringt uns aber anix weil wir einmal so ein bisschen das sind das bringt nix ich glaube ja select und darf ich das nicht nehmen ich habe doch ein kann not be removed naja wir kriegen Schaden und teilen Schaden aus dann machen wir das einmal und na das einmal das Elementor ist schon weg warum Spiel? Nein, stütz nicht auf oh, oh, oh aus da, aus da, aus da aufpassen das wollte ich nicht ich wollte das machen das wäre und das Spiel, ich hab mich wieso schießt der nach oben das Elementor du durfte ich jetzt nicht groß ausweichen zumindestens tun wir uns bei dem gut wieder hochheilen und so weiter anheilen was machst du? so wieder runter oh seht ihr die ganzen kleinen da oben? ne, ok, die machen nichts doch so wieder Das war's für heute. Wow, Alter. Oh, wir dürfen gar nicht heilen. Wir dürfen gar nicht mehr heilen. Oh, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Boah, hat's uns weggekickt. Aua. Wir dürfen uns echt nicht heilen. Okay, einmal Q. Nochmal unser Elementar. Nee, doch nicht. Nein, wieso nach vorne? Wieso weichst du nach vorne aus? Fuck you. Komm, Kaste. Wo schießt du hin? Was machst du? Was machst du? Hä? Was war das denn? Huuuh, Alter. Bis zum nächsten Mal. Peace.